Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Pius Schmidli, Schweizerin Thailand. Wir haben heute dem PN Works Coffee einen Besuch abgestattet. Das Café befindet sich rund 2,2 Kilometer von uns entfernt, ist neu eröffnet worden, gleich bei der Bahnlinie, bevor man auf die Suchung mitfährt, auf die rechte Seite weg. Das Café gefällt mir sehr gut, auch die Gartenanlage ist sehr schön angelegt. Das Café hat begrenzte Öffnungszeiten, jeweils 9.30 Uhr bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag bis 17 Uhr geöffnet und am Montag den ganzen Tag geschlossen. Das Café gefällt mir sehr gut, auch die Gartenanlage ist sehr gut. Sollte hier noch kurz die inneransicht des kaffees wir hatten einen cappuccino einen kalten und sunset die getränke waren sehr gut auch die frisch zubereitete waffel mit honig schlagsahne war exzellent wenn euch das video gefallen hat wie immer daumen hoch und abonniert doch meinen kanal